Die Firma Ilgen Anlagenbau GmbH aus Grockstedt-Querfurt wurde 1977 von Rolf Ilgen gegründet. Als ein kompetenter Partner im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik steht die Ilgen Anlagenbau ihren Kunden rund um die Themen Elektro-, Sanitär-, Heizung und Klima mit einem kompetenten und hochqualifizierten Mitarbeiterteam zur Seite. Ob private, klein- oder gewerbliche Großaufträge, neueste Produkte, innovative und energiesparende Technologien und eine bedarfsgerechte Planung sorgen für Energieeffizienz, flexible Nutzung und Kostensicherheit. Von der ersten Idee bis zum Abschluss der Arbeiten steht die Ilgen Anlagenbau ihren Kunden partnerschaftlich und kompetent zur Seite, um modernste Elektro-, Heizungs- und Sanitäranlagen sowie regenerative Energien mit einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis zu verbinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017